So meine Leute, da bin ich mal wieder und zwar geht es heute mal wieder um den Eurotrack Simulator. Der Eurotrack Simulator hat ja schon seit längerer Zeit eine Beta-Version, die sogenannte 1.35. Und da wird ja gesagt, Vorsicht mit Mods, speziell mit Kartenmods. So, aber wenn ihr jetzt dieses Video seht, werdet ihr etwas erstaunt sein. So, dann starten wir erst einmal kurz den Eurotrack Simulator. So, hatte ich wohl nicht auf Spielen gedrückt. Ohne Spielen geht ja nichts. So, dann gucken wir uns das mal an. Und zwar sind wir hier, seht ihr eindeutig, in der 1.35.75. Ich habe ein neues Profil erstellt. Ja, ich habe ein neues Profil erstellt. Ich glaube, es wird auch gut sein, wenn ihr das auch tut. So, dann nehmen wir mal uns den Mod Manager vor. Ui, 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 was ist denn hier drin? Naja, Pro Mods geht mal wieder nicht. Auf der 1.35. Aber Russ Map ist drin. Große Steppe ist drin. Schwedische Inseln sind drin. Die kleine Erweiterung von Norwegen ist drin. Und die Rumänien-Map ist drin. Heidi Witzka. So, also TSM geht leider auch nicht. Schade. Und auch mein schöner Traffic Mod von Rudi geht auch leider nicht mehr. Aber so wie ich Rudi kenne, würde er das gleich fertig machen. So, ähm, dann wollen wir doch mal uns die Sache genau betrachten. Also man fängt zuerst mit der Russ Map an. Die Reihenfolge ist jetzt erstmal relativ uninteressant, weil ich mache das diesmal anders. Sonst gehe ich ja immer nach Standard vor und suche mir ein paar Tester, die, ähm, meine Einstellung erst testen, bevor ich ein Video drehe und das veröffentliche. War ja immer so bis jetzt. Aber leider, leider, ähm, werde ich hier schon dreimal in den Hintern getreten, um nicht ein anderes schwieriges Wort zu sagen. Ähm, dass es dann immer wieder Tester gibt, ähm, die dann, ähm, sofort zuschlagen, sich die ganzen Sachen holen von mir. Auch die Einstellungen holen von mir. Und dann, ähm, gleich ein YouTube-Video drehen, im Gegensatz zu mir. Sofort ein YouTube-Video drehen und dieses YouTube-Video veröffentlichen. Und sich dann profilieren. Guckt mal, Leute, was habe ich hier gebaut? Und damit das diesmal nicht wieder passiert, habe ich jetzt einen Entschluss gefasst. Dass ich das selbst teste. Ich bin jetzt erst zwei Aufträge gefahren. Die Karten stürzen nicht ab. Und, ja, werde das jetzt erstmal, ähm, soweit testen. Und dann werde ich euch sagen, wie man es installiert. Es gibt ja ein paar schlaue Leute daraus, die jetzt, äh, das YouTube-Video gesehen haben. Und sich die Reihenfolge sehen. Und dann natürliches Versuchen. Gut. Das kann natürlich passieren. Das ist auch ganz normal so. Und das ist auch schön so, äh, wenn jetzt ein anderer, ähm, da auch ein bisschen mit rum experimentiert. Allerdings bin ich, wie gesagt, noch sehr, ja, nicht gerade erfreut darüber, dass es immer wieder Leute gibt, die sich hier irgendwas holen von mir und, äh, dann behaupten, sie hätten es gemacht. Ich nenne keine Namen. Ich werde auch keine Namen in den Foren reinschreiben. Aber es ist ein unterste Schokolade, sowas. Leider seht ihr jetzt hier kein Startbild. Das ist normal. Weil, ähm, die haben die Verzeichnisse geändert, ähm, da wo die Startbilder rausgeladen werden. Und, ähm, gut. Das müsste man dann vielleicht anpassen. Ne, und dann müsste man erst mal sehen, wie weit man da so vorwärts kommt. In der, also es läuft auch ohne die Startbildschirme. Ah, ich hab noch einen Auftrag drin. Ich zeig euch erst mal die Karte. Da seid ihr ja bestimmt schon ganz heiß drauf. So. Also, das ist die Standardkarte. Na ja, hier sieht man schon, dass Rumänien drin ist. Als Zusatz. Dann gehen wir gleich mal hoch. Hier ist die allzeitsbeliebte Russ-Map. Geht ja ungefähr bis hier. Das ist ja eine Riesenkarte. Und dann haben wir hier noch die große Steppe drin. So, dann haben wir noch drinne, hier das kleine Norwegen. Von Lillehammer bis nach Trondheim. Mit der neueren Verbindung. Hier über eine Verbindung, die neu ist. Und hier von Oslo. Dann haben wir hier schwedische Inseln. Ja, mehr habe ich erst mal nicht drinne. Es müsste eigentlich auch die südliche Region gehen. Aber ich lehne die südliche Region ab. Weil die südliche Region hat sehr viele Fehler drinne. Beziehungsweise alte Dateien drinne. Die in der neuen Version nicht richtig angezeigt werden. Speziell Vegetation. Vegetationsdateien. Und deswegen nehme ich die südliche Region erst mal nicht mit rein. Weil der Fehler überträgt sich dann auch auf andere Karten. Wie zum Beispiel Russ-Map. Und deswegen habe ich die südliche Region jetzt erst mal raus. So, Rumänien ist die 1.8 Version. Norwegen ist auch die 1.8 Version. Und Schweden weiß ich jetzt nicht so genau, welche Version es ist. Aber es dürfte auch die aktuelle sein. So, und Russ-Map ist immer noch die 1.8.1. Allerdings mit der geänderten Dev und der geänderten Map-Datei. Ja, dann wollen wir uns das mal anschauen. Hier, diese Startbildschirme. Die haben die in die Verzeichnisse geändert. Und deswegen... Ja, da muss ich nochmal reingucken. Aber ich bin ja schon ein Stück gefahren. So, also... Funktioniert alles super. Getestet ist es auf Windows 7. Äh... Windows... Windows 10. 64-Bit-Version mit... Ähm... Also über DirectX. Nicht über OpenGL, sondern über DirectX. Ja, und wie gesagt, es läuft alles ganz super. Ups. Wäre doch hier bald falsch gefahren. Na, 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 na. So was ist ja... Ja, und wie gesagt, ähm... Es hat sich so einiges geändert an der 1.35. Die Leute hier jetzt schon 1.35 spielen. Hätten denn jetzt auch die Möglichkeit, die Russ-Map ranzuhängen. Ähm... Ich werde das dann jetzt erst mal testen. Ich werde mich jetzt erst mal durchschlagen. Ähm... Bis nach... Polen. Und dann zum Grenzübergang nach Brest. Und dann... Dann werde ich ein neues Video drehen. Wenn ich dann über die Grenze fahre. Aber wie gesagt, die Karten stürzen nicht ab. Es müsste eigentlich alles funktionieren. Ja, dann, ähm... Bis... Die Tage. Ich denke mal... Ich habe diese ganze Woche Frühschicht. Und ich habe auch am Wochenende Dienst. Also ich denke mal am Sonntagabend. Könnt ihr mal reingucken. Wieder auf dem YouTube-Kanal. Und dann... Sollte vielleicht dann... Ein neueres Video da sein. Wo ihr dann seht, wo ich dann über die verschiedenen Grenzübergänge fahre. Beziehungsweise an diesen verschiedenen Karten. Ähm... Anbau... Gebieten. Also da, wo es... Ähm... Wo die anderen Karten angebaut sind. Ähm... Wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss!